Du ein bisschen liefern. Ein Ficken, ein Ficken. Nächste Mission. War vielleicht ein Brüder oder jemand? Das ist wie es? Äh, anscheinend. Anscheinend bin ich es. Steppen, was soll das bitte wieder für eine Andeutung sein? Havara. Havara, ich bin kein Hur. Okay. Also wenn ich das mit dem Havara machen soll, dann ist es okay. Da greife ich gern jeden Skorpion an. Da greife ich definitiv gern jeden Skorpion an, wenn die Wache mir hilft. Ja, die Wache helfen. Das ist gut. Da mache ich mit. Da mache ich definitiv mit. Das ist doch definitiv Leinwand. Dann brauche ich wenigstens nicht so lange für den Fate. Sonst. Da ist so wenig Schaden, wie der Havara da austeilt. Okay, einmal Heilung. Wäre definitiv nicht schlecht. Weißt du eh, was für eine Belohnung wieder? Oh, 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 oh. Wisssa Geld. Wisssa ein Schilling. Wisssa ein Schilling wäre wichtig. Hehehe. Oh ja. Level können wir trotzdem. Ist jetzt zu tragisch. Weil 13 geht noch. Ich glaube, 14, 15 wird das schon kritisch. 13 wird noch gehen. Ich sollte vielleicht auch mal schauen, dass ich die Wächter da mal hilfe, gell. Ich bin vielleicht super. Kann ich ihm heilen? Das wäre interessant. Nein, heilen kann ich ihm nicht. Nein, 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 heilen kann ich ihm nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ich bin nicht gern geheilt. Achso, ich habe auf Wind und nicht auf Vita gedrückt. Ah, uuuh, ja, da hat es schon ganz, ganz anders das. Ah, schade, gehe, gehe, gehe. Deppert, wie viel, wie viel Leben Runde haben wir. Wow, Alter. Wow. Wer zu einiges erlebt, bist du, Deppert? Das ist aber schon lauer. Alter, die Klasse ist halt einfach nichts. Das ist kein Ficker. Das ist kein Ficker-Klasse. Was du davon hingehen kannst und jeden weggerassierst, bis zum Gehen immer. Nein, du, sind wir nicht haben, aber wir sind gerade mal erst bei der Hälfte. Das kann noch lange dauern, bis man, ist vielleicht die Zeit zu geschafft zu Ende. Vielleicht die Zehn, die Zehn. Ja, aber der Soldat hat aber schon viel Leben gekocht. Haben wir. Der Soldat, Alter. Du hast den vier, fünfmal geheilt und der war doch immer nicht fertig. Haben wir. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. 13 ist definitiv nicht schlecht. Das war eh aber klar. Klar, 13. Und da noch einer? Ja, ja, da ist noch ein Schnecken dabei. Passt du, überhaupt keine Surgenwoche. Überhaupt gar nicht. Wir sind sicher, gehören wir ja auf 13 dann. Nach der Mission. Safe, safe. Aber immer definitiv keine Surgenwoche. Passt. Jetzt dürfen wir wieder Heilung machen. Richtig oder richtig. Und gib ihm. 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 Der hat nichts Besseres verdient. Der hat nichts Besseres verdient. Gefühle sind aber die Ablegenzeiten trotzdem noch immer relativ langsam. Gute Heilung. Kann ich nicht wissen. Aha. Wir sind jetzt schon wieder am Ende des. Am Ende des Tages. Ja, ja, das haben wir gerade. Ja, passt. Passt, 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 passt. Nächstes Fleckerl. Wär cool. Vielleicht die nächste Fähigkeit. Wir kommen nur die nächsten bei 13. Vielleicht dann mal noch eine Fähigkeit, die was auch mal in der Attacke macht. Das wär leibend. Das wär schön. Ich hab's jetzt eigentlich überhaupt nichts gegen die Klasse. Aber ein bisschen mehr Angriff oder ein bisschen mehr von allem. Wär super und scharf. Hauptsache, ich kann nicht auf 120 verschiedene Arten irgendwie heilen. Das ist das Wichtigste. Nee, leider nix. Leider nix. Aber vielleicht fadtechnisch. Vielleicht fadtechnisch gibt's da was Besseres. Ich wollt schon sagen, was soll der Arten schon das da noch zu. Na gut. Kannst du mir irgendwie nicht erzählen, dass es da nix Besseres gibt? Ich weiß nicht. Da schau. Was ist mit dem? 15. Digger. 13. 7. Kann ich wieder nix aktivieren, gell? Das ist super. Alles, was gut ist, kann ich nix aktivieren. Aber irgendwie klar. Ah, gut. Alles, was gut ist, kann ich nix nehmen für die Klasse. Digger. Digger, 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 Digger. Digger. Einfach nur Schmutz. Einfach nur Schmutz. Kannst du entweder für alle Klasse oder für Magier nehmen. Sonst bist du definitiv am Arsch. Einfach nur Schmutz. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und wie spielt sich eigentlich das Spiel eigentlich? Quasi nach den ganzen Lootboxen? Weil dann gab es ja das ganze mit den Lootboxen und alles drum und dran den Shitstorm, wo sie dann nach einem halben Jahr dann die Lootboxen wieder weg gemacht haben. Wie spielt sich eigentlich das Game? Besser oder schlechter? Oder genau gleich wie vorher, nur brauchst du halt extrem lange. Und Hektar, war's, ist erledigt. Wir machen mal wieder den automatischen Hasen, damit ich mal wieder stolze kann, Juhu. Boah, geh auf den Knüpp, Leute, hab ich's auch gesabert, ah, ah, he, 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 he. Ah, Turbo-Modus wird mal wieder eingeleitet. Ich bin gespannt, ob da noch zusätzlich was gehört. Noch eine Mission und ob das dann schon war. Leider nicht auf 15 ist aber auch nicht so tragisch, muss ich sagen, in dem Fall. Naja, das Problem ist jetzt, ich will eigentlich keine Mission erledigt haben. Die lassen mich sicher nicht in Ruhe. Na. Die lassen mich fix jetzt nicht in Ruhe. Ähm. Der ein oder andere kann mir ruhig helfen, gell? Ah, okay, passt, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na, damals war das ja wohl, na. Schlimm. Sagen wir's mal so, schlimm. Du hast urlange gebraucht und es war nur noch Loot-Spektakel und alles drum und dran. Es war definitiv ein Krampf. Damals. Aber, ich weiß zwar jetzt nicht, wie's jetzt ist, aber... Alter, anscheinend entweder ich musste jetzt sechs Minuten lang da mitmachen oder ich weiß ja nicht. Oder Havager. Das war Arsch. Das war richtig Arsch. Das ist noch schlimmer als wie in FIFA gewesen. Weil du sogar auch noch so Lootboxen gehabt hast, wo du nur spezielle Orks kriegst und das auch noch mit Glück und alles drum und dran. Boah, das war schlimm. Boah, das war schlimm. Und bis du mal überhaupt eine Kiste öffnen kannst, bist du eh schon am Verzweifeln gewesen. Bis am Ende des Tages eh schon am Verzweifeln gewesen. Ich könnte vielleicht sogar noch ausgehen, dass wir das schaffen. Ja, genau, jetzt schaffen wir's fix. Jetzt schaffen wir's fix. Dann kommt noch einer dazu. Der ist es gut. Oder er darf noch geholfen. Ganz kurz. Nein, nein, der macht was. Der macht was. Der macht was. Der schafft was. Der schaut gut aus. Der hilft mir. Der hilft mir, der Buur. Wie ist's deppert. Faustkämpfer, gell? Schaut's aus. Schaut's aus wie Faustkämpfer. Okay, gell? Nicht schlecht. Na, gutse Dank. Das Deppert 2000 ist aber auch nicht schlecht. Uiuiuiuiuiuiui. 2000 ist definitiv nicht schlecht. Liefern! Ja, da hast du dezent recht. Und wie es mich mal überhaupt nicht interessiert. Geil. 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 Aber ich seh schon. Es interessiert dich nicht. Ja, da hast du definitiv recht. Da hast du definitiv recht. Und wie mich das ein Scheißdruck interessiert. Geil. Passt. Dementsprechend hauen wir sie mal kurz wieder da her. Und, let's a go. Pikalier könnte man eigentlich die 15e Mission starten. Normalerweise. Normalerweise. Geil. Technisch. Scheiterts bei uns mal definitiv nicht. Das muss ich schon sagen. Achso, das ist eh schon das. Passt. Einmal optimieren, bitte. Danke. Bis deppert.